Ich versuche dich mal einzuladen, vielleicht klappt es diesmal auf Angebe. Geht? Wie gesagt, dass es geht diesmal. So ein schwarzes Bildschirm. Das heißt? Oh, schwarzes Bildschirm. Ich hab noch nicht aufgehangen. Kacke! Ah hier, Saints Row funktioniert. Ja, dann lass uns vielleicht auch mal die Mission switchen, dass wir ein bisschen Abwechslung reinkommen. Wir haben glaube ich schon eine halbe Stunde an dem Ding gesessen, oder? Ja. Na, ich glaube. Da hast du gucken, ob du jetzt überhaupt tollen kannst, ne? Ja. Oh, einladen. Das wäre ärgerlich. Na ja, können wir nochmal Geld verbrennen. Und Geld verbrennen. Geld verbrennen. Brauchst du nicht Geld? Ich? Ach so, das meinst du. Kommst du, oder? Ja, es sieht gut aus. Okay, warte, ich hole dich ab. Und party with you, come with us. Oh, scheiße. Ich hab noch sehr gut schraubt. Ach, zieh dich doch nicht aus dem Auto raus, du Spacko, ey. Ein Spieler hat eine ID mit nicht unterstützten Buchstaben. Diese Buchstaben werden als Unterstrich dargestellt. Warte, ich starte hier einfach die Aktivität. Und los geht's. Ah, was Neues, sehr gut. Ich mach wieder die Tiger. Ja, das heißt, die Tigers. Tiger, 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 Stand. Sieht ja aus wie die allererste, die wir mal gemacht haben. Oh. Okay, ich bin auf dem ersten Dach. Ach, ja. Ist ja auch dieselbe Punktzahl wie das erste Mal, oder? 15.000? Aber die ist bei mir, äh, nicht, also, so, graue. Oh, jetzt bin ich in die Kanone gelaufen, Mann. Ich bin auf dem zweiten Dach gelandet. Ja, soll ich dann das erste Dach leer räumen, oder was? Ja, da laufen gleich noch zwei oder drei rum. Ja, das wär halt nur für den Bonus, ne? Ja, ich bin ungünstig an der Kanone vorbei. Na ja. Ach, ich nehm hier das andere da. Ja, ich bin auf dem zweiten Dach. Oh, 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 oh. Ja, 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 ja. Ach gut. Aber ne, Penner, die wollen sich mit mir prügeln. Ich bin wohl. Weiß ich nicht mehr, das hab ich gemerkt, dass der Kette ist nicht mehr. Drennt er zur Kanone, der Spacken? LULL! Yeah! Geschafft! Oh, nice! LULL! Was ist denn jetzt? Wie meinst du? Ich bin ganz komisch in der Luft fest, der ist so in der Luft gelaufen. Okay. LULL! Der Luftballon ist auf der Seite bei mir, der brennt. Hast du den schon abgeräumt oder was? Ja, ich hab ein paar mitgenommen. Ja, wir waren doch das letzte Mal schon Genki Champion und da haben wir doch alle abgeschlossen, oder? Oder wie auch immer das hier heißt. Aber das kam mir grad so vor wie die, die wir schon mal gemacht haben. Naja, die allererste halt, ne? Aber die war noch normalfarbig, sonst hätte ich sie ja nicht angenommen, ne? Und dauernd ist jetzt so lange. Ich glaub ich keinen Respekt bekommen und keinen Fortschritt. Ja, du hast recht. Aber die war bei mir... Na gut, dann ist die halt so blöd, schwarz-weiß. Dann hab ich das verwechselt. Ja, das ist ein Panda, ne? Schwarz-Weiß. Naja, schon klar. Guck mal, da unten müssen wir noch hin. Mach jedes Mal. Da wo der Huper-Ubschrauberangriff ist, da ist noch ein grauer Bereich. Vielleicht finden wir da die Bande. Aber du hast das geile Fahrzeug, ich glaub da pass ich nicht mehr drauf mit deinem Einkaufskorb. Nee. Äh, links oder rechts? Schalt raus. Loll. Was ist'n da passiert? Hast du nen Unfall gehabt? Du hast mich voll assig weggerammt. Ach gar nicht. Hilf mir hoch. Hab ich. Was nochmal? Obwohl es nicht mehr geht. Warte. Oh, bin hingefallen. Geht? Sprich? Ne, ich lieg immer noch hier. Ja, ich, bei mir geht die Animation nicht mehr. Weißt du was ich meine? Es steigt immer automatisch im Auto ein. Du weißt doch, was wir schon mal hatten. Dass ich das nicht machen kann nochmal, nachdem es das erste mal gedrückt hatte. Versuch's nochmal. Halten. Lol, jetzt lebst du wieder. Ja, ist mir schon klar mit Halten. Ich bin doch nicht blöd. Du hast mich grad auf den Boden gedreht und dann bin ich aufgestanden. Ganz komisch. Bloody good driver, sagt er. Ah. Bloody good. Bloody good. Bei mir ist das rechte Vorderrad schon im Fahrerraum. Hm, okay. Quasi meine Sohle, meine Schuhsohle damit putzen. Warte mal, hier muss irgendwo ein Spannendes sein. By the way, Ost-Ostlich von hier. Irgendwo hier. Ach, da ist es, ich hessel. Ist auf der Minimap. Das Lem % is. Oh, ich glaub es ist wieder auf dem Dach, alter. Ne, jetzt sinds halt alle. Ganzer Homo's, ey. Komma Neile Nehmen wir wieder ab Oh, ich bin tot Die machen wohl Traffig, der Mensch, Mann Lass dich, Sprengstoff for the win Die sich hier wieder einmischen Ihr Naps Läuft ja wieder spannend ins Auto rum, ich seh's schon So, wir müssen jetzt hier Ich mach hier mal das, dann müsste da demnächst irgendwo die nächste Wande sein Da räumt der Onkel längst da mal ein bisschen auf Der Onkel längst da Ich mach dich, Sprengstoffe Und zwar gleich wieder alles auf dem Hals Hier muss irgendwo ein Bande sein Loll, was ist passiert? Loll, raus, 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 raus Alter, ist ein Sicker, Mann Ja, diesmal hab ich meine Kettensäge Oh, scheiße Oh, scheiße Oh, alter Alter Gibt es mich auf? Wenn ich es schaffe, dann gerne Alter, wie viele ich jetzt hier bin Ey, ich werde hier nur von Autos weggebounced Oh, nein Oh, nein, wo, 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 wo Das schaffst du nicht mehr Nein Alter, wie viel ist auch schon wieder Sinn, ey Verdammt So, jetzt versuchen wir uns mal einen Heli holen, oder? Hier Müsste eigentlich der CD abgelaufen sein Oder, 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 oder Juhu Versuch uns noch Daumen drücken, dass er auch ankommt Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mal Platz machen hier, dass der hier landen kann Oh, nein, Gmude landet Loll Guck mal, ey, der Spackenheiner Der packt's nicht Der ist doch behindert, ey, mal ehrlich, ey Na, jetzt vielleicht Plastik-Sprengstoff ist verdammt geil, ey, das Ding Wo ist denn der Heli? Der fliegt wieder auf derselbe Stelle, pass auf, der spackt nie und nimmer Nie und nimmer Lott Oh, Mann Ich bin extra daneben gestanden, damit er nicht da kommt Ja, nee, kannst du ja nix für, aber Lass uns mal ein Stück hier vorlaufen, vielleicht kommt er zu uns Was ist denn das für ein Spacken, ey? Ja, das ist ein Behind-Di-Mann Ja, das ist ein Behind-Di-Mann Da wird ja ganz schön viel Ich füge jetzt den Begriff von Heli-Piloten an, ich flipp gleich aus, ey Da haben wir wieder CD auf Heli, ist doch scheiße, ey Lass uns mal zum Flughafen fahren hier Wo sind der Flughafen? Okay, geh mal hier schnell rein Kommen wir sofort Doch, es klappt Sehr gut Sehr gut Sehr gut Ich muss fahren Ich fahr mal beide Oh, gut Loll Jetzt sitzt Oh, das behindert schon wieder, ey Ich glaub der Reifen ist kaputt, oder? Nee Ach gut, da kann ich ja nix dafür, wenn ihr hier so eine blöde Straßensperre aufstellt, die Ja, die Arschlöcher Jaaaa Bei mir hängst du im Auto fest Nee, bei mir häng ich an der Straßensperre fest Reifen kaputt, na klar, ey Oh, neues Auto, mit dem Motorrad hier ist nicht mehr alles im Reinen, ey Was denn passiert? Ja, ich wollt cool mit dem Reiner hier vorbeifahren Jetzt fällt der Scheiß! Hat aber nicht so geklappt, wie ich das wollte So ein Ding hab ich auch noch nicht aufgefahren im Spiel, glaub ich Alter, was fährt denn die für Schlangen hier, die Beklopften hier? Schaut aus Links Aber lenken lässt sich das Ding echt verdammt geil, ey Aber lenken lässt sich das Ding echt verdammt geil, ey Oh, ich hab grad Tobi reingehauen Ist das doch eh schneller als ich, oder nicht? Ich glaube ja Bei einer Motocrossmaschine Aber lenken lässt sich das Ding ja mal hammermäßig, ey, meine Güte Wir können die Rennmotorräder, Rennmaschinen und sowas für mich mithalten Danke Danke So, jetzt brauchen wir hier ein Heli irgendwo Hier hinten war unser Hangar, ne? Äh So, hinten Oh, hier, Heli oder sowas Hier müsste doch unser Hangar sein, jawoll Hier kommt mal Ba, such du aus Ja wir haben hier nur Flugzeuge, ne Was haben wir denn? Das sind alles normale Flugzeuge, ne? Keines senkrechten Stater oder sowas Aber ich schneide den Flughafen ab, vielleicht finde ich irgendetwas. Das ist mein Motorrad. Oh, das ist mein Motorrad, die es spawnt. Oh, nee. Nee. Mein schönes Motorrad. Diese Homos. Wie ich unser Glück kenne, ist vermutlich kein Heli da. Du machst wieder Dummheiten im Flugzeug, ich sehe es. Aber ein geiles Flugzeug. Wo ist ein geiles Flugzeug? Was denn jetzt? Oh, was denn jetzt schon wieder? Hörst du mich noch? Jo. Ich habe Standbild. Gut, die Verbindung zum Host wurde unterbrochen. Alter Schwede, was ist denn heute wieder kaputt? Ja, dann machen wir mal Aufnahmeschluss, ne? So, wieder da. Diesmal hat Saints Row bei mir nicht funktioniert. Und deswegen müssen wir den Lenker direkt mal rein kloppen. Ja, das ist so assi. So assi, was du hier immer machst. Du wolltest ja nicht fliegen. Du hättest dich auch in den Heli reinsetzen können. Hättest du fliegen können. Wolltest du nicht. Ich wollte dir ein schönes Empfangskomitee bereiten hier am Heli. Mhm. Aber nee. Ich auch. Ich habe mich auch bedankt bei dir. Naja. Dank mich auch bei dir. Jetzt explodieren wir gleich wieder. Oh shit. Warum halten denn die Helis heutzutage nichts mehr aus? Das stimmt irgendwas nicht. Vor allem sagt er auch noch mit Ankündigung. Jetzt explodieren wir gleich wie gut. Ähnlich wie ich Raketen schießen kann. Ich kann zwar anvisieren, aber... Naja. Versuch mal die Granatentaste. Seit wann denn das? Ja, das ist der kleine Kreis, ne? Ja, da habe ich eigentlich die Granaten drin. Aber es ist die Granatentaste. Ja, ja. Ich weiß, aber schau mal rechts unten. Bei den Waffen. Ja, da ist die Granate drin. In einem kleinen Kreis. Ach so. Mit dem Großen wird aber Minigun und Rakete zusammen angezeigt. Auch unter uns ist es. Ja, dann viel Spaß, Linkster. Du hast nicht viel versucht, aber wir werden bald sterben. Ich sehe leider nichts. Auch jetzt. Yeah! Ja, Leute. Das ging aber jetzt schnell, Mann. Not bad. Muss wir gleich mal gucken, wo fliegen wir denn jetzt hin? Irgendwo hier muss, bei dem Versicherungsbetrug, bei den blöden Missionen, muss noch irgendwo... Oh oh. Bereite ich immer drauf vor, gleich aussteigen zu... Müssen. Müssen. Ja? Müssen, ja. Müssen, ja. Ach ja. Wir können eigentlich hier auch mal... Guck mal hier. Wir sind eine Busstation, Mann. Warum fahren wir hier mit dem Auto? Warten einfach einen Bus. Scheiß Bank. Mit dir eine reinkloppt. Suchst du bestimmt bitte die Polizei, oder? Pass mal auf. Hier. Oh. Ja, und mich will er hauen. Ich bin das Opfer. Ich bin das Opfer, Mann. Jetzt ist er das Opfer. Unglaublich. Irgendwo in der Nähe muss die Panzer sein. Wir müssen hier wieder Recht und Ordnung in die Stadt bringen. Hier fällt wieder der Zodius vorbei, hier. Der assige kleine Zodius. Hau dir wieder ab. Was ist denn da? Guck mal, die krabbelte vom Boden lang. Ich glaube, die wurde gerade überfahren. Ach, Quatsch. DOCH! Die ist gekrochen. Guck mal, da ist ein grauer Panzer. Ja. Wollen wir machen? Machen wir jetzt ein doppelten Treiber, oder was? Wollen wir noch hundert Folgen in das Spiel verbringen? Vielleicht ist das gar nicht so nah dran, oder? Ich guck mal, wo das... Wegen gerade aus wie auf... Ah doch. Sind gleich da. Guck mal, hier sind... Hier sind zwei heise Weiber für dich. Zwillinge. Nummer eins. Und... Nummer zwei. Gut. Dankeschön. Das müsste direkt Bonus geben, Zwillinge. Voll die Nutten geprellt, ey. Was ist denn los? Was ist denn los? Wie da los ist, ey. Echt, wir haben gar nichts gemacht. Wir müssen noch die Zeit getrunken. Weil man sich hier rumtreibt. Hier muss irgendwo jetzt... Lauter Karte... In dem Bereich hier muss irgendwo... Ach, das haben wir schon mal überlegt. Das muss wahrscheinlich auch auf dem Dach sein. 100 pro ist das auch auf dem Dach. Hm. Ja, da müssen wir einfach was anderes machen. Weil hier der Versicherungsbetrug... Den wollen wir ja nicht nur machen. Zumindest vorerst. Das heißt, wir müssen jetzt zum nächsten Versicherungsbetrug. Der hier ist nämlich hart hier, bei dem wir gerade sind. Und der nächste ist nun bitte. Alter, hier schießt irgendwas fettes auf uns. Ach quatsch. Also, wie bereite ich schon mal drauf... Na, ich sag's lieber nicht. Was denn? Na ja, bereite ich schon mal drauf, wo aussteigen. Ja, das war ganz nett. Ja, das war auch wieder hier... Nen Stuntsprung. 6 von 63. Speichervorgang. So, jetzt brauche ich bestimmt 1,5 Mille hier. Oh, geht. Komme! Oh. Lol, ich hab gar nichts gedrückt. Oh, lol. Einmal so rausgeflutscht. Ja, sind eh nur ein paar Meter. Mann, die war eigentlich nur ein Auto. Versicherungsbetrug machen, ist auch geil. Der muss das nur bezahlen. Oh, die Versicherung. Da ist ja gar nichts los. Irgendwie nicht so. Geil. Na, scheiße. Ich dachte, ich hab das Auto noch auf der anderen Seite. Hier ist nichts los. Stimmt schon. Gar nichts. Lol. Wie hast du denn jetzt den Adrenalin raus zusammengebracht? Ach, ich bin hier so ein bisschen rumgejumpt an den Autos. Verdammt. Oh, hier kommt hier... Wie heißt das Lied? Was, der? Los, die wir haben Deutschland, bist der ein Mal ganz wozu. Wie heißt der? Ich weiß nicht mehr. stimulationen на就會amos, ... kann ich mal kurz einsteigen Musik anmachen, nochmal Musik wo doch nicht das ist langweilig, wir führen hier dann zwei Autos aufrenntig, ey Toll, ein Roller Verdammt Toll wieder ohne Grund richtig weit geflogen Naja, nur mit Adrenalin läuft, ne So Daran kann es liegen Na, vielleicht Acker schon Selbst das, was du wieder knapp beschwörst, ja Soll ich das hier keine Autos sind, Mann Und ich neu spawne, ey Wir müssen woanders hinfahren, ey, das bringt ja nichts Ich fahr woanders hin Jetzt müssen wir einfach mal einfach auch an verschiedenen Punkten sein, dass wir mehr von den Dingern haben Meinst du? Ich weiß es nicht Ist halt dann blöd, weil ich dann nicht sehe, was du machst und umgedreht Ich glaube, die Adrenalinbonus ist schneller, aber dadurch, dass wir nicht so viele Autos da haben, kann das sein? Ja Ich glaube, es liegt an der Mission Ohohohohohoh Der kam jetzt natürlich nice an, ey Irgendwie ist nichts so cool gerade hier. Oh. Oh. Hör doch auf zu spawnen. Komm her Baby, komm her Baby. Oh yeah. So sollten sie immer fahren. Oh yeah, 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 yeah. Na ja, nicht so viel wie ich dachte, aber zumindest besser. Hoffen wir echt nicht. Quatsch. Oh, ist noch einer. Scheiße. Oh yeah, jetzt wird's fett. Na ja, einigermaßen fett. Jetzt fahr ich. Ach. Oh, Mann. Komm schon, gib dir Mühe, gib dir Mühe. Oh, oh, oh. Jetzt wollen wir eine richtig fette, sonst ist es hier laufen. Da, hier. Bache Adrenalin. Oh. Doch. Sauber. Nein. Achso, ich bin nur neu gespawnt. Oh, 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 oh. Yeah, es reicht, es reicht, es reicht, es reicht. Juhu. Ah, knapp, äh. Mit dem letzten Adrenalin. Ja. Aber wir haben es geschafft